Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum guten Morgen Börse, heute gemeinsam mit XTB. Es ist Dienstag, der 12. September 2023 und gemeinsam wollen wir uns einen Blick gönnen heute auf mal wieder Bitcoin. Ich hätte überlegt, ob wir was zu Nvidia machen. Da ist es nicht so spektakulär gewesen. Ich habe zwar zwei, drei Trades versucht gestern, allerdings sind die summa summarum mit einem kleinen Profit dann rausgegangen. Aber der nachhaltige Break unter die 4,50, der ist leider ausgeblieben. Wir haben leider in der zweiten Hälfte des Handelstages kein weiteres Abwärtsmomentum gesehen. Tesla war eine ganz andere Geschichte. Tesla mit einem riesigen Lauf, gestern 10% alleine auf das Upgrade von morgen. Stanley auf der Oberseite ist gebrochen, über die 2,60 und war gestern auch mit Abstand die aktivst gehandelte Aktie. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, mit dem Tagesschluss jetzt über 270. Ich will nicht ausschließen, dass wir vielleicht in die Delivery Numbers Anfang Oktober sogar einen Lauf zu sehen bekommen, der die Aktie zurück in Richtung 300, vielleicht 310 führt. Das ist ungefähr das Ausgangsniveau der Abschläge dann, die wir ins vierte Quartal 2022 zu sehen bekommen haben. Schauen wir einfach mal. Wie gesagt, Bitcoin war vielleicht doch ein bisschen interessanter, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung. Nicht, dass es jetzt das spektakulärste Asset ist, aber mit diesem kurzen Flush unter 25.000, der heute während der asiatischen Märkte so aggressiv zurückgekauft worden ist, bis jetzt noch nicht zurück über 26, Aber nichtsdestotrotz, muss ich ganz ehrlich gestehen, verdichten sich irgendwie die Anzeichen, dass da einer in größerem Umfang, einer in Anführungsstrichen gesetzt, so ein bisschen akkumuliert zu haben scheint, dass da absorbiert wurde. Was ich damit meine, was es damit auf sich hat, welche Gedanken mir da jetzt durch den Kopf gehen, in wenigen Sekunden gibt es da mehr. Bevor wir ganz offiziell starten allerdings, dann ist der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen, diesbezüglich aller Informationen, vollständiger Risikopolis auf xtb.com.de. Gerne auch die Möglichkeit nutzen, den deutschsprachigen Kundensupport von xtb in Berliner Büros zu kontaktieren, falls es Fragen gibt, Kontoeröffnung, Produktpalette, xStation, Einrichtung und dergleichen. Der Support steht euch dort gerne mit Rat und Tat zur Seite. Bitte, einmal in persönlicher Angelegenheit in Bezug auf die jetzt gemachten Inhalte, bitte das nicht als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein edukatives, rein informatives Event. Ich kann gerne Fragen beantworten, sollen die aufkommen unterhalb des Videos innerhalb der Kommentarfunktion, aber nochmal bitte nichts, was ich in den folgenden Minuten präsentiere, in irgendeiner Form als Anlageentscheidung oder Anlageempfehlung missverstehen. Einmal hier an dieser Stelle die Kontaktdetails von xtb, E-Mail und Telefon. Ganz kurz zu xtb als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von der Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, finden sich hier in der Mitte. Hier haben wir einmal die xStation, die damit sicherlich einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat und dann wollen wir einen Blick werfen, hier einmal in den Bitcoin-Chart. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz Folgendes machen. Ich möchte nochmal einen groben Überblick geben, wo wir aktuell stehen. Was aktuell das heiße Thema ist und auch wie wir es am ehesten erklären können, dass wir hier solche, eine choppige Action über mehrere Tage zu sehen bekommen haben, ohne große Impulse, ohne große Action. Hierzu wollen wir Folgendes machen und zwar bietet die xStation nämlich eine tolle Funktion. Über den Tab Nachrichten kann man sich alle Analysen, die auf der Webseite einlaufen, entsprechend in der Handelsstation einlaufen lassen. Und was ich jetzt hier schon bereits gemacht habe, ist, ich habe das gefiltert einmal. Also man kann sich alles anzeigen lassen, muss man aber nicht. Wir wollen uns jetzt ja Bitcoin anschauen und dann habe ich einen entsprechenden Haken hier bei Kryptowährungen gemacht und dann werden alle Kryptowährungsanalysen bzw. Betrachtungen von der Webseite hier entsprechend angezeigt. Und allen mitwürdig läuft eine Bitcoin-Analyse ein und die letzte, die dort eingelaufen ist, das war hier am 6. Also im Hinblick auf dieses größere Bild, da gab es auch unter der Woche natürlich hier, kann man auch sehen, andere Betrachtungen. Und in dieser Betrachtung findet nochmal ein paar Details aufgelistet, wo wir aktuell gerade stehen, was alles passiert ist bzw. was aktuell einfach das Thema ist in Bitcoin. Also wir fangen kurz an. Dieser eine Run höher hier, das war die Ankündigung von BlackRock war es, einen Bitcoin-ETF auflegen zu wollen, Antrag gestellt an die SEC. Dann hat es einen kurzen Drive gegeben, ein bisschen Wohler zwischendrin, da gab es dann eine Verzögerung, dann hieß es plötzlich, die Unterlagen waren noch nicht vollständig, blablabla. Die SEC hat da ein bisschen, naja, seltsame Argumente vorgetragen, ehrlich gesagt, muss man fast schon sagen. Vielleicht gehört es auch dazu, sei es drum, Fakt ist auf jeden Fall, allein mal, wir konsolidierten lange Zeit, dann sah es nach einem Breakout deutlich über 30.000er aus. Das kann man hier nicht so gut erkennen, aber wenn man diese Price Action hier anschaut, dann sehen wir eine grünfarbene Candle, die doch herausragt, die dann am darauffolgenden Tag rejected wurde. Das war ein Gerichtsurteil und zwar im Hinblick auf Ripple-XRP, dass das nicht als Wertpapier eingeordnet werden soll, ausgehend von einem Gerichtsurteil. Und die SEC hat hier ihre ersten Dämpfer erhalten, so möchte man vielleicht sagen an der Stelle. Bitcoin ist davon so ein bisschen ausgenommen, aber nichtsdestotrotz strahlt das natürlich auch auf den Kryptobereich und somit ganz besonders auf Bitcoin als Haupt-Kryptowährung Nummer 1-Ebene aus. Dann sehen wir hier offensichtlich einen relativ scharfen Rücksetzer. Was ist da passiert? Da hat SpaceX, die Raumfahrt-Company von Elon Musk, seine Bitcoin-Bestände abgestoßen. In dünnem Umfeld hat das zu einem entsprechenden Kursrutsch geführt. Was dann ein bisschen hakelig war, war, dass es keinen Bounce gegeben hat. Das hat mich so ein bisschen vorsichtig werden lassen. Dann sahen wir einen Bounce. Das war wieder ein Gerichtsurteil, nämlich im Zug auf Grayscale gegen die SEC. Grayscale, ein Bitcoin-Trust, kann man sagen, Kryptovermögensverwalter, so kann man es vielleicht zusammenfassen, auch mit einem Antrag auf einen Bitcoin-ETF. Und die SEC hat gesagt, nein, gibt es nicht. Der Antrag ist abgelehnt und dann hat Grayscale geklagt und jetzt hat das Gericht geurteilt, dass es nochmal eine Nachbetrachtung gegen muss. Zwei Tage später, erneute zeitliche Verzögerung. SEC sagt, wir brauchen weitere 45 Tage an BlackRock gerichtet, an Fidelity gerichtet. Eigentlich ein bullisches Signal, weil sich zunehmend zeigt, irgendwie die SEC, denen gehen die Argumente aus scheinbar. Er bezog sich gegen die Zulassung eines Bitcoin-ETFs zu stellen, hat aber trotzdem einen Abverkauf nach sich gezogen und das ist ein schwaches Signal. Das war eigentlich ein schwaches Signal. Wir sehen auch zunehmend hier, dass zum Beispiel der 50er, jetzt gehen wir mal hier in den Chart, dass der 50er, SMA, die 50-Tage-Linie, kurz davor ist, die 200-Tage-Linie zu kreuzen. Das ist kein positives Signal. Wir haben eine wichtige Support-Region, ungefähr hier um diese blaufarbene Linie reinkommen sehen, 25.000. Wenn man das Ganze noch ein bisschen ausweitet, dann wird einem zutage treten, dass wenn man auf den Jahresbeginn 2023 einen volumengewichteten Durchschnittspreis ankert, dass dieser ziemlich genau auch in diesen Gefilden gelaufen ist. Das ist der durchschnittlich also bezahlte Preis seitens des Marktes, seit Jahresbeginn in Bitcoin. Und wir finden dort einen Support, aber die Bounces bleiben aus. Und demnach lässt sich dann ein Szenario skizzieren, wo wir sagen, und das ist auch innerhalb der Analyse skizziert worden, Break unter 25, also nehmen wir es mal hier, die SpaceX-Übertreibungstiefs aus diesem Flash, ist eigentlich ein Short-Trigger. Und dann sollten wir weitere Bearishness eben erwarten. Und dieser Break, der kam gestern. Wir gehen jetzt mal auf den 5-Minuten-Chart hier an dieser Stelle. Dieser Break kam gestern. Wir können es hier erkennen. Da kommt Abgabedruck rein in den Nachmittag und dann ist der Break tiefer mit einem Halten. Aber was jetzt passiert ist, dass es eben nicht wie bei SpaceX zum Beispiel weiteres bärisches Momentum gibt, sondern irgendwie den Eindruck vermittelt, als wenn das ein klassisches Stop-Fishing ist, was hier stattfindet. Wir brechen tiefer, wir halten drunter. Wir machen nochmal marginal tiefere Tiefs, aber wir sehen relativ lange Lunden hier in diesen Kerzen. Ich weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll ist an dieser Stelle, aber was ich in dem Moment denke zu sehen, wenn wir uns ein Tape anschauen, also in der Börse die Umsätze uns anschauen, die Times & Sales anschauen, beziehungsweise das Orderbuch. Ich würde vermuten, dass wir hier in diesem Moment sehen, dass da die Bits gehittet würden, sagt man. Also das heißt, dass zur Geldseite verkauft werden, das sieht man in der Times & Sales mit einem See von roten Zahlen zum jeweiligen Kurs und dass wir aber nicht sehen, dass wir substanziell tiefer fallen. Also dass es immer einen sogenannten Restack gibt im übertragenen Sinne, dass die Geldseiten, also oder Refreshen, dass die immer sich wieder neu aufladen und im übertragenen Sinne einen riesengroßen Iceback dort bedient sehen, der dann eben den Markt auf einem bestimmten Niveau in der Lage ist zu halten. Dann gibt es nochmal, wie gesagt, einen kurzen Flasch in den Abend hinein, aber auch der geht nicht wirklich tiefer und dann sehen wir, nachdem es keinen weiteren Abgabedruck gibt, nachdem die Verkäufer im übertragenen Sinne durch sind, die, die geshortet haben, einmal mit dem Break und dem 25, vielleicht auch diejenigen, die sagen, ich habe meinen Stop dort auf dem Niveau gehabt, ich war long in Erwartung Bitcoin ETF, aber wenn wir 25 droppen, dann bin ich raus. Die sind irgendwann fertig und über den asiatischen Handel schießen wir plötzlich in die Höhe. Meine Interpretation ist, das ist eine meiner Einschätzung nach extrem starke bullische Vorstellung, die wir hier zu sehen bekommen haben. Denn der Break unter die 25 im Gesamtkontext ist eigentlich ein klar bearisches Signal mit einer Price Action, die definitiv nicht bearisch ist. Und dieses Absorbieren in diesem Bereich mit dieser Gegenbewegung jetzt, Fokus auf der 26 ist meiner Einschätzung nach vielleicht sogar ein Signal, dass man sich hier in relativ großem Umfang vielleicht sogar zu positionieren scheint mit dem Ziel oder beziehungsweise mit der Erwartung, dass es früher oder später ein Bitcoin ETF Go gibt. Man braucht ein bisschen Geduld mit Sicherheit, aber das sollten wir hier ganz, ganz genau beobachten. Ich würde jetzt auch noch nicht long sein wollen, aber die Bestätigung sähe ich in dem Moment, wenn wir über die 26 gehen. Stop hätte ich unterhalb der Tiefs und der Trade wäre dann wirklich ausgelegt im übertragenen Sinne auf mehrere Tage, vielleicht Wochen sogar, dass ich sagte, ich möchte hier long sein in Erwartung, dass es einen Bounce gibt, der sich nochmal deutlich beschleunigt, just in jedem Moment, wenn wir dann ein Bitcoin ETF Go zu sehen bekommen. Sollte es überhaupt kommen? Wenn nicht, dann gehe ich davon aus, brechen wir diese gestern ausgebildeten Tiefs hier und dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance, dass wir Richtung 20.000 gehen, aber deswegen würden wir uns hier in diesem Bereich entsprechend mit einem Stop arbeiten. Also Bitcoin, die Price Action gestern, meiner Einschätzung nach ein super interessantes Szenario, welches eher die Longseite begünstigt. Nicht kurzfristig mit Break über die 26, vielleicht ein Stint, vielleicht Richtung 27, 28, ein kurzer Run höher, aber auch drüber hinausgehend ist das eine Price Action, die ist irgendwie, man sagt, Telling. Und das sollte man nicht unterschätzen. Wir riskieren gegen die Tiefs, Break über die 26, das sind ungefähr 1.500 Dollar pro Bitcoin-Risiko ungehebelt. Und dann würden wir eben darauf spekulieren, dass früher oder später es hier zu einem deutlichen Run höher kommt. Also, eure Danken interessieren mich. Gerne unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion kommentieren. Happy Trading! Passt durch Stop's auf. Wir sehen uns morgen am Mittwoch wieder. Ich freue mich. Habt euch wohl. Bis dann und tschüss.